Sie sind hier, 19. Oktober 2018, 13.34 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Karim Rekic kam in dieser Saison bislang auf 5 Einsätze für die Hertha Urheberrecht, Getty Images neben Niklas Stark wird der Hertha gegen den SC Freiburg auch Karim Rekic fehlen. RB Leipzig muss in Augsburg auf Emil Vorschberg verzichten. Bundesligist Hertha BSC ist im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag Bundesliga, Hertha BSC Berlin SC Freiburg, Sonntag ab 15.30 Uhr im Live-DK, zu Umstellungen in der Defensive gezwungen. Neben Niklas Stark, Mittelfußprellung, fällt auch Abwehrspieler Karim Rekic wegen einer Erkältung aus. Das bestätigte Trainer Pal Dardai am Freitag. Den Berlinern fehlen damit drei etermäßige Innenverteidiger. Jordan Turuneraja laboriert bereits seit längerem an einer Achillessehnenverletzung. Neben Fabian Lustenberger wird der Reklo Kassen oder Jungprofi Florian Back zum Einsatz kommen, es ist nicht meine Aufgabe über Ausfälle zu klagen. Wir müssen der Mannschaft einen klaren Plan an die Hand geben, dann können wir so etwas als Team auffangen, sagte Dardai. Vorschberg fehlt mit Leistenproblemen Bundesligas. RB Leipzig muss im Auswärtsspiel am Samstag Bundesliga FC Augsburg RB Leipzig Samstag ab 15.30 Uhr im Live-DK beim FC Augsburg auf Spielmacher Emil Vorschberg verzichten. Der schwedische Nationalspieler steht wegen Leistenproblemen nicht zur Verfügung. Fraglich ist noch der Einsatz des Uruguayers Marcelo Sarraki, der nach seiner Länderspielreise erst am Freitag wieder ins Training der Leipziger eingestiegen ist. Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017